hallo und recht herzlich willkommen zurück hier im green project mit sonnenbrille ich habe eine sonnenbrille gefunden genau mit jeder sonnenbrille genug um auch nach dem ende der welt gut auszusehen so null plus zwei ach so wenn man das jetzt aussieht dann haben wir zwei inventarplätze weniger vielleicht sollten wir uns auch kleidung machen apropos dinge machen also ich habe hier zwischen der aufnahme ein bisschen was gemacht ein paar sachen hergestellt hühner guckt wir haben jetzt zwei hühner und einen käfer und da wachsen wilde tomaten unser feld der wächst auch in der letzten folge haben wir noch die hühner gefüttert es war nur ein küken da jetzt ist es mittlerweile ausgewachsen und wir waren unten in der stadt haben da noch ein bisschen sachen gemacht und auch in die ich mache es mir doch schon leid so sachen genau ich habe mir das bein noch gebrochen schmerzen das passiert wenn man sich um ein werkzeug kümmert dass sich nicht um seine seine werkzeuge kümmert man muss sich um sie kümmern ok wir haben uns gebrochen oder verstaucht ich weiß nicht auf jeden fall habe ich einige sachen vorbereitet weiß jetzt gerade noch nicht mehr wo zum einen hier fallen genau da habe ich die bondagen gemacht fallen habe ich vorbereitet vielleicht noch vorbereitet die fallen habe ich vorbereitet und alles andere wollte ich glaube ich mit euch zusammen herstellen so wir füllen noch mal mit wasser auf hier meist haben wir gekocht das nehmen wir mit so wasser aufgefüllt nein da kochen wir das noch mal so fallen ja und die bienchen sind voll ich weiß gar nicht ob ich das erlebt oder habe ich das schlussendheitlich geschafft ich weiß es nicht so die vier müsste es sein jetzt wird auch eine falle hierhin eine falle hierhin dann können wir dann noch mal nachgucken als erstes dachte ich ja nach kleidung so dann gucken nützliches ist das rucksack rein theoretisch könnten wir den bestimmt jetzt auch mal käppi es ist die frage ähm aber kappe ähm das ist getrocknete eingeweide haben wir getrocknete eingeweide das ist also ähm so 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 dass die das hier nehmen wir haben ah ja genau ich hab das gern noch gemacht ah guck ähm getrocknete eingeweide haben wir die seile 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 nehmen wir da mal welche von mit so noch n haben wir auch ähm noch ein nadel wie stellt man jetzt noch ein nadel her werkzeuge vermute ich eine nadel ein messer und schleiftings schleiftings und messer ist hier ähm so man sieht auch die montage sehr cool so so stellen wir mal das ist die frage braucht die sich so die ist halt auch so ein halbbarkeitsdings ähm ok noch darin der getrocknete eingeweide ähm nützliches rucksack da brauchen wir auf jeden Fall Stoff vielleicht machen wir erstmal einen rucksack so so also das Stoff und Seil ähm ähm äh das fehlt das fehlt nö jetzt ist da irgendwo so ein ähm ähm jetzt haben wir einen kleinen rucksack das ist äh glaube ich schick zehn plätze kann ich das direkt tun ja guckt es euch an so ähm müde ja dann schlafen wir doch eine runde stellen das hier nochmal an und dann müssen wir eh gucken wo dieser ähm killerpilz da hier aufgetaucht ist mitten in der nacht obwohl ja drei Uhr morgens ha pünktlich so das ist da noch drin radioaktivität ein bisschen weg noch so eine aldeckse das noch machen wir noch irgendwas äh da haben wir die radioaktivität auf null ähm stellen wir hier nochmal mais an das letzte das letzte ja äh ja äh alter ach ne bienchen so 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 dünge ähm hier rein und dann ja rein damit sie hat es schon immer mit beiden Händen gemacht ich weiß es gar nicht ähm wir gucken jetzt nochmal nach der Teilung so so eingeweidet da sind keine drin da sind auch keine drin da nicht warte mal im ach komm alles drin so da sind auch keine eingeweide da sind eingeweide verkammelte pilze eingeweide äh eine Biene kann ich aber nicht verändern so Mais und hier erstmal weg und hier hohen Kaffee ähm ja Schnitzel äh ja 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 eingeweide ähm äh Salz und Kiesel äh Kieselstein ähm ähm haben wir dann machen wir das hier auch nochmal gleich so das das und das ist er geht nicht so dessen haben wir dann dann guck mal das haben wir hier noch da wir brauchen noch ein stück ne mhm ähm ähm jetzt sich jetzt ja perfekt ähm geht geht da so gut wie gar nicht kaputt ähm ähm ja so 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 inventarplatz und regenschutz schick schick so auf jeden Fall ähm ähm das schon gar nicht so schlecht aus hier unser unser kürbis ist davon auch gewachsen hatte ähm 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 den konferenten ne noch nicht die die büsche sind auch eigentlich vermehrungsbereit so hier haben wir vier kürbisse reicht das schon nein vermutlich nicht ähm ja wir rütteln die kürbisse erstmal ach kaffeebohnen so wir wollten gucken wo denn jetzt dieser Pilz da hier gewachsen ist warte oh ähm er hat alles gut gemacht ne er hat alles gut gemacht ne er hat alles gut gemacht ne ist ja ist ja doof und da kommt ne laterne hin wieso kann ich denn da kein ich weiß es nicht so wir müssen den Pilz eindämmen steck krüm nicht so weit nicht so weit auf auf da haben noch totes hühnchen dann dann messer ähm dann gibt's jetzt hühnchen so zack hühnchen zu bringen zu bringen zu bringen perfekt wir brauchen die Betonplatte ne jetzt zu bringen zu bringen zu bringen zu bringen das ist ja wir können da gehen wir hin ich hab eine blumen ich weiß es nicht mehr ich hab ein zu wenig steht da ähm äh nö ach ja ähm Möbel ist es hier nicht nützliches Tonfließ Stroh der Ton unten haben wir ähm nein Ton Stroh zack zwei stück gehen drüber hin das Bratenchen ist auffällig ähm da können wir uns direkt bei was von ja schön so hm Pilz Pilz in dem ach guck mal wir haben direkt Kühnchen geknett zack ein braunen Huhn ein braunes Huhn und ein schweites Huhn ich glaub unser Hühnerstall ist klein oder kompast und ja unser Hühnerstall ist so klein oder kompast essen essen einlassen guck mal nicht essen den Rasen das Gras sehr schön so das müssen wir auf jeden Fall auch machen ähm unser Kram hier weiter einzäunen ich wollte ein Feindfass machen als das äh das 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 da das 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 Küchenbrunnen, ich will demnächst aufmachen, Landwirtschaft, Weintfass, Füffer, Organischen Abfall, Bretter, Nägel, Hammer, haben wir alles, haben wir alles, machen wir. So, Bretter, Hammer, Nägel, so viel Kram dabei schon wieder. Zwei Fässer. So machen wir den Wein. Perfekt. Oh, das ist schön. So hoffe ich doch. Gut. Ameisen. Ameisen. Wir haben Dünger auch satt. Schön. Perfekt. Ich würde sagen, ich räume den Kram nochmal weg und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschau. Tschau.